Der T-Roc ist für mich auf jeden Fall ein super stylisches und junges Auto und deswegen finde ich auch, dass es super gut auf die Fashion Week passt. Also der T-Roc ist ja wirklich sehr cool, man kann ihn customizen, also so von den Farben her spielen und Insta hat natürlich auch immer den Anspruch, sehr trendy zu sein, die neueste Mode abzubilden, den neuesten Zeitgeist wieder zu spiegeln und deswegen passen T-Roc und Insta super zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020